Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, seit über einer Woche behauptet die Wiener Stadtregierung, es gebe unabhängige Gutachten zur Wienenergie. Diese Gutachten sollen die korrekte Vorgangsweise aller Beteiligter belegen. In einer gemeinsamen Presseaussendung von SPÖ und NEOS wurde sogar behauptet, diese Gutachten seien von Wirtschaftsprüfern erstellt worden. Zusätzlich wird jetzt bekannt, dass der vorerst als Persilschein für die Wienenergie titulierte Bericht ganz massive Kritikpunkte enthält. Dieser Bericht wurde jedoch bisher der Öffentlichkeit vorenthalten. Die Menschen haben aber ein Recht darauf zu erfahren, was mit ihrem Steuergeld passiert ist und wie damit umgegangen worden ist. Herr Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, wenn Sie tatsächlich Transparenz und Zusammenarbeit ernst meinen, legen Sie sofort die zitierten Unterlagen von PwC, Freshfields und Ituba offen.